Liebe Leute, heute zum ersten Video, weil ja, Ananas beginnt mit A und A ist die erste Gebärde und war erst, können wir nochmal anfangen? Hallo liebe Leute, da heute der erste Advent ist, stimmt ja gar nicht, plötzlich. Willkommen bei Lisa und Michis Outtake-Video. Du musst jetzt irgendwas lustiges machen, aber man filmt ein Outtake-Video eigentlich nicht, oder? Man macht kein Outtake-Video, Outtakes sind Dinge, die passieren während. Aber bei uns passiert nichts, wir drehen es immer einmal und dann ist es super. Ich dachte, das ist so schlimm. H, eine Frau, die parken kann, Entschuldigung bitte, Heiratsanträge unten rein. All the way, there's a boundary, makes a serious... Making Spirits Friday! Komm, trau dich! Mama und Papa sind da, Mama und Papa sind da. Der Papa ist eh da, der passt auf. Super! Ich hab einfach nur gedacht, wir sollten mehr, dass du mitfilmen, wenn wir ein bisschen was reden. Ich find das super, Lisa. Weißt du, hab ich heute eigentlich schon gesagt, dass du spitze bist. Danke! Bei Insta-Friends. Friends ist auch krass, oder? Michi? Machst du jetzt ein Salto oder so? Nein, aber die machen auch so geile Sachen. Michi möchte sich jetzt mal wieder männlich beweisen und versucht da jetzt gerade ein Salto mit seinem Waveboard. Ist das ein Waveboard? Nein, das ist ein Balanceboard. Das ist ein Balanceboard. Oh, oh, oh! Cool. Oh, wow. Ich würde das Board machen. Liebe Insta-Fans, jetzt kommt eine... Kannst du bitte das Licht ausschalten, das schaut echt... Nein, das schaut gut aus, lass es. Liebe Insta-Freunde, sagt man eigentlich Freunde oder Freunde, weil das ist ja eigentlich lieber Insta-Abonnenten. Aber das klingt so dumm, Insta-Abonnenten. Schaut das poetisch aus? Ja. Wir haben ja gerade über sieben Zentimeter geredet, was fällt dir dazu ein? Eh, nicht so kurz. Michi, setz dich bitte hin beim Ludeln! Scheiße, was soll ich sagen? Michi, setz dich hin! Scheiße, ich hab das gesagt. Michi, was machst du da? Leidungsgeschenke. Mit Reis? Ja, ich probier, äh, 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 äh... Grußboden. Das ist eine gerade Fläche. Wie soll es gut gehen, Michi? Das fliegt alles runter. Du haust sicher die Hälfte am Boden. Und dann bitte mal bitte mal drauf. Scheiße. Das ist so gut. Glühwein-Rezept. 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 Wie heißt das? Wie heißt das? Glühwein? Glühwein. Du kannst auf die Uhr schauen. Alter, wann ist sie weg? Nein, nein. Genau, ich kann zuschütten. Super. Scheiße. Du hast das alles geflutet. Ja, sicher. Das ist saugeil. Hallo. Ich wollte die Einstellung ein bisschen lassen, damit die Leute dich besser kennenlernen. Ja, hallo. Hi. Ich bin noch nicht. Ja. Servus. Alles gut bei dir. Alles gut bei dir. Was machst du? Was machst du? Ich tue abwaschen. Siehst du? Weißt du? Sehr brav. Das war der für die Frage schon wieder.